Das Business-Netzwerk ist ja ein Einkaufsmarkt und auf einem Markt müssen natürlich auch Unternehmen sein, die verkaufen, sonst funktioniert dieser Markt nicht. Und auch die Lieferanten oder viele unserer Kunden kommen auf uns zu, weil sie von ihren Kunden angesprochen werden, bitte über das SAP Business-Netzwerk die Prozesse abzubilden. Der Kunde hat dann immer die Möglichkeit, sich ein Konto im Business-Netzwerk zu erstellen und semi-automatisiert diese Prozesse abzubilden. Das reicht den Lieferanten an der Stelle nicht, weil sie haben ja auch noch eigene Systeme, wo die Prozesse abgebildet werden. Und das ist sozusagen das Add-on Lieferanten-Integration, das an der Stelle zur Verfügung gestellt wird. Das Add-on ermöglicht den Lieferanten, ihre eigenen Systeme an das Business-Netzwerk anzuschließen. Und hier automatisiert elektronisch, wie auf der anderen Seite beispielsweise das DSN, mit dem Netzwerk zu kommunizieren und keine Medienbrüche mehr zu haben. Das heißt, ich kann die Prozesse in meinem eigenen Lieferanten-ERP-System abbilden. Das ist natürlich vom Wunsch getrieben, möglichst viel zu integrieren, möglichst viel zu automatisieren. Das heißt, wenn ich als Lieferant nicht an diesem Netzwerk teilnehme, verpasse ich natürlich eine ganze Menge an Chancen. Die Lieferanten möchten automatisch Bestellungen empfangen, möchten automatisch Rechnungen versenden. Und das geht über das SAP Business-Netzwerk natürlich in hervorragender Art und Weise.